Guten Morgen. Ich bin Uli Kronenberg und ich bin anderswohin. Derzeit bin ich in Berchtesgaden und heute schauen wir mal nach Drehorten der ZDF Serie Lena Lorenz. Das hier ist die bisherige Hauptdarstellerin Patricia Olicki. Sie spielt die Lena Lorenz. Das ist sie zusammen mit Eva Mathis. Sie spielt ihre Mutter. Seit 2015 wird Lena Lorenz schon gedreht. Es geht um eine Berliner Hebamme, die nach Berchtesgaden kommt und sich hier niederlässt. Insgesamt gab es bisher 14 Folgen. In der nächsten Staffel, die jetzt demnächst gezeigt werden, gibt es eine neue Hauptdarstellerin. Das ist dann Judith Hirsch, die die Lena spielt. Gedreht werden die ganzen Filme im Berchtesgadener Land. Im Film da wohnt Lena in einem Ort, der heißt Himmelsruh. Himmelsruh ist in Wirklichkeit Berchtesgaden. Die Szenen werden hier in Berchtesgaden gedreht. Wer durch Berchtesgaden geht, wird sicherlich einige der Drehorte wiedererkennen. Im Opener zu den ganzen Folgen gibt es eine sehr schöne Szene. Es ist immer die letzte. Da sitzt Lena auf einer Bank und schaut Richtung Watzmann. Die Szene wurde hier gedreht. Wir sind etwas oberhalb von Berchtesgaden. Das ist die sogenannte Kirchleitenkapelle. Da schaut man runter auf Berchtesgaden und im Hintergrund da ist der Watzmann. Vor der Kapelle steht eine Bank und da hat Lena für die Aufnahmen drauf gesessen. Das ist eine sehr beliebte Wanderstrecke hier hoch. Man kann allerdings auch mit dem Auto fahren. Eine weitere Szene aus dem Opener. Da wird diese Kirche mit dem Bach und den Bergen gezeigt. Das ist in Ramsau aufgenommen. Das liegt etwa 14 Kilometer von Berchtesgaden entfernt. Für den nächsten Drehort müssen wir von Berchtesgaden nach Marktschellenberg fahren. In Marktschellenberg müssen wir dann zu einem Ortsteil, der heißt Ettenberg. Dazu müssen wir erstmal in Sarpentinen einen Berg hochfahren und dann eine ziemlich lange Strecke durch den Wald. Es sind etwa sechs, sieben Kilometer. Es ist eine ziemlich einsame Strecke hier. Und Ettenberg, das sind auch nur ein paar Häuser. Wir sind jetzt hier am Untersberg. Und gleich neben der Wallfahrtskirche Maria Heimsuchung, da liegt die Gaststätte Messnerwirt. Bei Lena Lorenz ist das hier der Almwirt. Da trifft sie immer wieder ihre Bekannten und ihr Opa. Der hält sich hier auch gerne auf. Im Fernsehen sieht das aus, als ob dieser Almwirt direkt im Ort Himmelsruh wäre. Er ist hier weit abgelegen und weit weg. Vor allen Dingen von Berchtesgaden. Das ist hier am Ettenberg ein richtig bayerisches Wirtshaus. Man kann hier vom Biergarten direkt nach Österreich rüber gucken. Geben tut es den Messnerwirt hier seit 1727. Da bekam er nämlich vom Fürst Probst die Bewilligung Bier zu brauen und auszuschenken. Bei Lena Lorenz ist das der Almwirt. Ich habe hier erfahren, dass im Juni noch die Filmcrew hier gewesen ist. Man neue Folgen gedreht hat. Und im Sommer wird man noch mal wieder kommen und weitere Folgen drehen. Wir schauen jetzt mal rein in den Messnerwirt. Das ist jetzt die Gaststube, in der gedreht wird. Hier trifft sich der Stammtisch und Lena muss öfter mal ihren Opa abholen. Wer die Serie kennt, der wird das hier sofort wieder erkennen. Das ist ein Blick in den Gastraum rein. Die Lampen übrigens, die hängen hier noch von den Filmarbeiten. Das sind nicht die original Lampen der Wirtsleute, sondern die der Filmcrew. Es ist sehr gemütlich hier mit Biergarten. Also hier lässt sich aushalten. Zumal mit dem Blick auf die Berge. Und das ist jetzt der Blick, den man hat aus dem Biergarten in Richtung Berge, Richtung Österreich. Der Messnerwirt steht hier gleich neben der Wallfahrtskapelle. Die Wallfahrtskapelle hat man ja auch schon mal öfter in der Serie von außen gesehen. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Bilder vom Innern der Kapelle. Denn ich glaube, von innen war sie während der Serie noch nicht zu sehen. Das ist ja wirklich schöner bayerisch-barock, so wie ich mir eine bayerische Kirche eigentlich vorstelle. Die Kirche ist so Anfang 1700 hier gebaut worden. Wallfahrtskapelle, weil man hat hier im Wald eine Marienfigur gefunden. Zu ihrem Schutz wurde diese Kapelle hier gebaut. Und wie der Name Wallfahrtskapelle schon sagt, hat es hierher eine Wallfahrt gegeben. Vielleicht heiratet Lena mal in der Serie. Diese Szene könnte man mit Sicherheit hier in der Kapelle drehen. ganz in der Nähe von Messnerwirt und der Wallfahrtskapelle. Da befindet sich auch der Ort, wo der Hof von der Lena Lorenz ist. Der sogenannte Lorenzhof. So, das war es dann für heute von den Drehorten von Lena Lorenz. In diesem Sinne. Tschüß! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020